Ich würde Leandro Profit nehmen, weil er ein Kauerer ist. Es wäre cool auch für ihn, wenn er wieder zurück ins Timer kommen könnte. Ich mag ihn sehr als Typ und ich glaube auch Rufemies wäre sicher eine Verstärkung. Es gäbe ein paar Spieler, die ich gerne herunterholen würde. Aber wenn ich einen auswählen müsste, wäre es wahrscheinlich Tenzo Korvi. Er ist Rufemies wie auch Nebemies ein super Typ. Ich könnte Rufemies wie auch Nebemies von ihm profitieren. Er wäre wahrscheinlich der Spieler, der unsere Kurengruppen grösser machen würde. Ich glaube, es ist für mich ein Stück Heimat. Ich komme von dort in Graubünden und habe meine Juniorzeit in Davos vollbracht. Und ich glaube, das ist für mich Heimat. Und darum verbinde ich das ein bisschen mit Davos. Ich glaube, man hat sehr viele Freundschaften geschlossen in den Jahren, als ich unten war. Und ich glaube, auch vom Staff her. Es sind immer noch Leute, die dort sind. Und ich habe auch immer noch heute mit ihnen Kontakt. Und ich glaube, die Leute vermissen wir ab und zu ein bisschen. Weil wir sehr gute Kollegen und Kolleginnen geworden sind. Von dem her, ich glaube, die Leute unten vermissen wir am meisten. Ich glaube, er ist kaltblütiger als ich. Ich glaube, vor dem Goal, wenn er eine Chance hat, um das Goal zu machen, dann 9 von 10 Mal macht er sie auch. Schiessen. Ich glaube, er hat einen mega Schuss. Er ist ein super Spieler. Ich glaube, er war schon bei uns mega gut gewesen. Er ist jetzt auf Davos und macht es noch besser. Ich glaube, er wird jedes Jahr noch ein bisschen besser. Und ja, er wäre sicher auch ein Spieler, den ich gerne zurückhole. Ja, vielleicht das Körperspiel. Ich glaube, ich habe eine bessere Voraussetzung im Körperspiel. Und das kann ich sicher ein bisschen ausnutzen gegen ihn. Ich würde sagen, ich habe vielleicht eine bessere Übersicht. Ich glaube, ich sehe das Spiel ein bisschen offener. Und habe vielleicht vielmals das bessere Jahr für den letzten Pass noch.